Ich finde es so bereichernd, wenn man eine Stadt besucht und in einen angesagten Betrieb kommt. Und den gibt es schon seit 30 oder 40 Jahren. Das ist mein Ziel, was ich erreichen möchte. Seit 1996 steht Kul & Weinzell in München für das Zusammenspiel von Architektur und Gastronomie. Von Herzen Gastgeber zu sein, Menschen glücklich zu machen, täglich, das ist es, was uns antreibt.